Hallo und Willkommen zurück zu Generation Zero Moin 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 So Let's go Stehen geblieben Was? Wo sind wir stehen geblieben? Wir müssen jetzt auf diese Burg da oben, was du schon markiert hast Genau, ich habe die markiert, wir müssen jetzt... Ich glaube die Quest heißt Esther Kontakt oder so Gut Wir laufen jetzt bei Nacht, tu mir einen Gefallen und mach die Taschenlampe nicht an Nee, sieht so aus Oh, ich sehe noch ein Auto, ein soer Auto Nichts drin im Auto Ach du was drin ist? So was aber auch, was? Ich guck mal gerade Alles leer Finde ich auch seltsam, dass man manchmal nicht den gleichen Loot hat Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kiste finde und du siehst da nichts Also das ist schon ein bisschen strange Mhm Wie springe ich hier nochmal? Mit X? Ja Ja Oh, das war damals nicht so gewesen, ne? Da haben wir immer den gleichen Loot gekriegt Mhm, ich bin mir nicht ganz sicher, ja Oh, wir müssen einmal komplett außen rum, ne? Ja, da gab es schon extra Fahrt Mhm Ich weiß nur, dass es da oben ganz schön abgeht Ja, und da oben brennt Licht Uh, da bin ich Das ist ein Zelt, glaube ich Aber ey, wir haben gute Munition, gute Waffen Und läuft Oh, da ist hier irgendwo was Boah, ich hink fest Ah, die kleinen Viecher sind hier Warte mal Einiges Gebot Links kommt noch was Ne, ist wieder weg Hier ist ein Rucksack Feuerwerkskörper Die sollen mich damit in Ruhe lassen, ey Holz Holz Ne, ich hole mein Holz Okay Oh, irgendwo ist was Ah, der hat uns schon gesehen, ne? Ne, der hat uns geahnt Von deiner? Oh, noch mehrere Von rechts noch zwei Ah, so ein dunkles Snipen ist scheiße Alle kaputt Braut mich Braut mich Ja Braut mich Also ich werde das so machen Ich werde doch keine Munition mehr einsammeln Für Waffen, die ich nicht nutze Das ist Quatsch So Da oben ist es ja schon Ja Jupp Wir müssen hier weiter, ne? Hier kommen wir so nicht hoch Ne, ne Das geht einmal hier außen rum noch Und dann geht's irgendwo Einen Pfad hoch Aber da sind auch gar nicht der Gegner Oh, 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 oh Ich hab was gehört Hallo! Ich lau vor mir Ey, die sind so getarnt im Dunkeln Siehst du kaum Ja, stimmt Oh, komm hier hoch Ah, hier ist der Pfad Der Pfad Mission 1 Neue Mission Neue Mission Ja, mindestens Ja, mindestens Das Gute ist für jeden entdeckten Ort Kennen die meisten wahrscheinlich auch aus Skyrim oder so Gibt es Erfahrungspunkte? Ja Ne, wir müssen schon vorne rein Da oben ist die Burg Soll ich hier irgendwo hochklettern? Ja, ne? Ich weiß es nicht Ich geh mal hier noch ein Stück Ja, das sieht doch gut aus hier Ja, das sieht doch gut aus hier Ich bin doch der Meinung, die haben ein bisschen an der Grafik gepfeilt Ja So Okay, hier ist schon mal einer Zwei Warte mal, bevor du schiebst Ich hab hier auch noch zwei Einen will ich gleich so ausschalten Er ist Nipey Achtung Ich glaub Kommt der rüber gesprungen? Oh, könnt ihr mal stehen bleiben, bitte? Jawoll Oh fuck, ich dachte der ist auch kaputt Oh, das war gut Ich hab drei weg Ich hab drei weg Boah, der schießt da ganz oben, da brauch ich dich als Sniper Äh, krank hat mich Oh, hier ist ein ähm Was kommt was ich hier? Hunter, glaub ich Ach, du bist hier Oh ja Oh ja Oh ja, ein Hunter Oh ja, ein Hunter Oh ja Oh ja, ein Hunter Boah, das hat keiner Geh, der ist weg Ja, schön So schießen auf mich Ja, du bist irgendwo in Da haben wir verstanden Mietchen Juchu Da ist noch irgendeiner Ich würde auch heute gerne mal diesen ähm Diesen Elitejäger mal aufzuchen Nach der Mission hier Möchtest du das? Ja, es gibt doch eine Chance schon eine bessere Waffe zu kriegen Ja, wir können zum Ausflug testen Ob wir schon stark genug sind Ja, hallo Ich habe den Bizex von uns angehören Ich habe einen Bizep von uns angehören Was? Ich habe einen Bizex von uns angehören Oh ja, lust Habe ich jetzt eigentlich schon den Schlossknackerskill gelernt oder muss ich das noch? Musst du glaube ich noch. Na komm, lese vor. Was ist denn das? Ah, fängt das. Warte, ich loote erstmal noch schnell. Der schubst mich schuld. Entschuldigung, wenn du am Weg stehst. Erstmal looten bevor wir hier vorlesen. Weil da ist was für dich und da ist was für mich zum vorlesen. Wieso? Im Auto liegt nämlich auch noch ein Schreiben. Dann lese ich das hier vor. Okay. Weg hier. Ort Scherengartenregion. Der Brief aus Anitas Büro auf der Burg von Ibo Holmen erwähnt einen Bunker mit dem Code-Namen Skarven, der kürzlich außer Betrieb gegangen ist. Es kann sein, dass Einheimische, die von dem Bunker wussten, dort Schutz gesucht haben. Er befindet sich auf Nora Saltomen in der Nähe von, in der Nähe der Kirche von Saltomen. Das ist die Kirche, wo wir immer, weißt du noch, wo wir uns immer die Großen herangezogen haben und bekämpft haben. Ich kann das gar nicht mal lesen jetzt. Warum nicht? War das das eine dasselbe oder was? Ich glaube nicht. Ich kann das hier nicht mal lesen. Ich kann gar nichts anklicken. Ja, ich auch nicht. Vorhin konnte ich das noch. Jemand ist das jetzt auf unserer Karte eingezeichnet. So, wollen wir auch hier. Müssen wir auch noch hier? Ja, ne? Ne. Ne? Da ist nichts mehr, oder? Gut. Wo müssen wir kommen? Ich gucke mal auf The Map. Ne, das ist nur noch Sehenswürdigkeit. Missionen 100%. Okay, das brauchen wir nicht. Dann müssen wir jetzt runter ins Wasser. Ach? Landekopf. Ich mach mal Markierungen. Mach mal Markierungen, genau. Wo ist die ja hier? Ich komm hier nicht rüber. So! Ja, du äh... Ja, der ist gleich gerutscht. Ich wollte eigentlich noch zurück. Alter, Sturzschaden. So. Ja, wenn ihr jetzt glaubt, wir haben genug Erste-Hilfe-Sets. Also 35 einfacher ist gar nichts. Ne. Die sind nachher ruckzuck, ähm, wenn man einen richtigen Fight hat, sehr schnell weg. Ja. Hier geht's noch richtig schön tief. Tief! Daniel! Ich sterbe! Komm schnell runter! Ja! Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier irgendwie... Oh nein, das ist ein Gegner. Ähm, warte mal. Ach, ey, ich hab... Ähm... Schaffst du das, oder muss ich Adrenalinspritze? Ähm... Musst du, glaub ich sogar, oder? Das verwende ich ja eins. Oh, 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 oh. Ja, ich weiß. Ich komm mal hinterher. Nein! Doch! Ja, denn jetzt musst du deine auch nutzen. Ich hab meine... Ja, ja. Ja, ja. Scheiße, ich wollte mir die aufheben. Ja, ich eigentlich auch. Nein. Wir müssen noch hier. Gut. Oh, dann ist das für ein paar Donne. Jawoll. Oh, nein. 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 Das ist voll man zu tief. Ach so, wir müssen hier die Dinger wieder kaputt machen. Oh, nein. Oh, nein. Also, dass wir looten. Schlebstoff. Ist hier was besonderes drinne? Ey, die haben nur für die Kurzwaffen, äh, Munition. Ja! Mann, Daniel! Hier ist auch nichts drinne. Oh. Die tun noch kein wat. Die müssen wir kaputt machen, ne? Die müssen wir kaputt machen, ja. Jaaaa! Also, ich hab ja schon... ...schönen Schaden gekriegt, ey. Obwohl ich schon weiter weg war. Ach du Scheiße! Das ist alles von der Kleine. Oh Gott! Oh, nö! War ich noch was? Jo, hier ist ne Karte. Ach nee! Dammelgegenstand. Dammelgegenstand. Hm. Ja. Kann man mitnehmen. So, wo müssen wir jetzt hin? Wana. Ähm, dann lass' wir gucken. Wollten... Wollten wir das jetzt gleich machen? Einen Angriff nehmen? Was? Unsere Spezi hier. Ja. Würde ich gern tun. Aber wie kommen wir da am schnellsten hin? Na, wenn wir uns, äh... Hier. Unterschlupfkommando... Ne, Bunker nicht. Ist blöd. Da kommen wir auch gar nicht hin. Unterschlupf, äh... Ja, da ist aber ein ganzes Stück zu laufen, ne? Ja, da müssen wir halt laufen. Und da sind wir aber... Angst geht's ja nicht. Da sind wir im Bunker drin, ne? Nein. Was ist ein Unterschlupf? Ja, das war im Bunker drin. Hä? Na komm, gib einfach mal hin. Da ist doch kein Bunker. Was mach ich denn? Hä? Ich mein, das war der Bunker. Quatsch. Unterschlupf. Würde drunter stehen, Bunker. Sehen wir ja jetzt. Er glaubt mir auch nicht. Ne. Ich weiß auch, dass da ein Bunker war. Hm. Hm. Ich hasse es, wenn er recht hat. Tja. Aber das war doch nur ein kleiner Bunker, ne? Ja, ja. Kann man doch wieder raus. Hast du das Film markiert? Ich markier's mal. Ja. Warte. Verfolgen. Das ist die 2, ne? Ne. Ah so, warte mal. Die 2 muss ich wieder wegmachen. Äh, wie mach ich denn das? Dann mach ich die 2 wieder weg. Ähm, du musst da drauf klicken und deinen Wegpunkt entfernen. Ah. So, jetzt verfolge ich den hier. Hast du? Ja. Ja, du musst den Raven auch verfolgen. Das sehe ich nur ich glaube ich, ne? Das X oder siehst du das auch? Wieso X? Na, wenn du so ein Vieh verfolgst, hast du so ein X. Achso. Oben. Ja, ja, jetzt. Musst du auch selber machen. Ich hab gedacht, das wäre auch ein Wegpunkt dann. Nein. Warum bist du nur so schnell, ey? Mal schnell sind. Hau ab. Einfach fliehen. Ja. Die geben nämlich auch schöne Erfahrungspunkte. Und das ja. Aber müssen wir da nicht bestimmte Level haben, um die Waffen auch nutzen zu können? Ne, ich glaube nicht. Äh, hast du... Ich hab' einen Schlüssel. Hier lag auch ein Schlüssel, alter. Ich hätte die auch aufmachen können. Echt? Ja, Waffenlagerschlüssel. Brauch ich nicht. Was schießen die denn? Auf uns. Die Pist brauche ich nicht, die brauche ich nicht auf. Okay, jetzt weiß ich mal nicht so doll. Gucken wir mal weiter. Oh. Häusländer. Nicht gut. Gut. Links sind Gegner. Gegner aber zum Looten. Oder auch nicht. Bist du jetzt wegen Loot da, oder was? Ne, ich bin auf dem Weg. Warum wollte ich das nicht mitnehmen? Hä? Wie läufst denn du? Na, nicht hier übers freie Feld. Oh, viele Autos hier. Bestimmt eine Falle. Oh, da sehe ich niemanden. Ach, da bist du. Doch, da sind Gegner. Ja. Ja, ich sehe keinen. Doch da. Drei Stück. Wollte ich mal herunen? Ja, willst du da looten gehen, hast? Da wollen wir jetzt... Oh, zwei habe ich mit einem Schuss. Wunderbar. Durch die Explosion von dem einen. Also ist nur noch einer da. Der weiß gerade nicht, wo er langen soll. Doch, er kommt. Nice Shot. Oh, sag mal. Dauert ab. Ne, der kommt zu dir, oder? Oh, viele Kisten. Also die nehmen auch Schaden, wenn sie dicht aneinander stehen und einer von ihren Gefährten dann halt hoch geht's, nehmen die genauso Schaden wie wir. Das ist gut. Adrenalin spritzt. Ich bin wieder plus minus null. Echt? Ich noch nicht. Erste Hilfe. Wunderbar. Läuft. Oh, Signalfackel. Okay, wie weit haben wir es noch? Noch ein ganzes Stück. Wir kommen jetzt, wenn wir geradeaus weiterlaufen, in einer großen Stadt rein, ne? Ich will nur noch den Laster hier looten und dann Richtung Westen weiter zu dem Vieh. Ja, hier kommen wir jetzt in eine Stadt. Die will ich aber nicht. Bauernhof. Segester. Und dann ist hier wieder Feld. Dann umrunden wir die Stadt einfach mal. Jupp. 7,60 Meter. 7,60 Meter. 7,60 Meter. Was ist denn da hinten? Was ist denn da hinten? Ja, die Map ist ziemlich groß. Also... Also ihr solltet wirklich jede Stadt aufsuchen oder jeden Bauernhof, weil ihr dann halt wie gesagt mehr... ... mehr Springpunkte habt, ne? Eine leere Antenne. Und die können wir mitnehmen. Warte mal, hier sind wieder... Ist da eine Drohne? Da fliegt eine Drohne, Alter. Okay, mich hat jemand gesehen. Drohne ist kaputt. Da kommt noch einer. Noch zwei. Einer. Drohne. Oh, tot. Noch eine. Oh, da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr. Ja. Ey, hier sind noch mehr Drohne. Oh, oh, oh. War das kaputt? Auf eine Felle ist ein bisschen blöd, ne? Wir haben hier vier Stück noch. Ja. Ja, ja, das können wir hin. Ok. Boah, Alter. Ach, die Bräuernflüten, hier. Oho, Scheiße! Ist das der, den wir verfolgen? Der jetzt aufgestiegen ist? Nein, der wird aufgestiegen jetzt. War das der? Level 3? Ja, der ist Level 3. Oh, jetzt wird's hart. Ah, das ist gut. So, erstmal hier gucken. Ist bestimmt gut Loot. Militärkonvoi, ja. Oh, ja. Gut, Moni. Oh, yeah. Oh, und ein Rucksack. Erste Hilfe-Kit. Lass ich mal durch. Danke. Holz. Ich krieg Holz. Wir haben's auch nicht mal weit bis zu dem, ne? Ja, genau. Hä? Oh, besser als Automatgewehr. Okay. Hier musst du rein, Basti. Ja, wollte ich gar nicht. Ich wollte dich erst reinlassen, weil wir sonst immer wegdrücken. Achso. Ich muss mal gerade das Automatgewehr wechseln. Ich hab nur ein Schalldecker für Maschinenpistolen hier drinnen. Schade. Ist hier noch was? Das meine ich. Das ist das Komische. Warum wir nicht den selben Loot haben? Das kapier ich nicht. Was ist das? Ah, ne Batterie. Hallo. So. Automatgewehr. So, wir müssen ja eigentlich jetzt bald da... Ah, ne. Noch lange nicht. Oh, warte mal. Ach, wie toll für Gewehre. Ne, das ist kacke. Da stehe ich wie über Kim und Korn. Da ist die Relaisantenne. Kannst du die snipern? Obwohl, da ist keiner. Na, dann sniper mal. Die Relaisantennen auch mal am besten mitnehmen. Braucht man auch für eine Trophäe. Ja, wenn ihr auf Trophäen scharf haltet. Ja. Wenn nicht, dann geben die immer... Funkgerät und erfahren Funk. Genau. Und die sind nicht ohne. Richtig. So, Basti. Wir haben es nicht mal weit. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir den Platte. Schöner Cliffhanger. Ja. Okay. Gut. Dann bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.